Viele Grüße aus der Markthalle in Kassel. Also das mit dem Gold, das fasziniert mich so. Ich habe angefangen erst mit den Ohrring zu malen. Und Form eben kam einfach aus dem Geiste. Und dann habe ich angefangen irgendwie, okay, das ist eigentlich ganz schön, aber ich brauche halt mehr Akzente davon. Dann habe ich angefangen mit dem Nasenring, daraufhin ging es dann halt zu dem Turban, der da oben ist. Ich wollte halt versuchen nachzuahmen, dass dann eine Goldkette drin ist, zu sagen, man muss den ganzen Turban und so hat es dann halt alles angefangen, immer Stück für Stück, immer Kleinigkeiten dazu gesetzt. Ja, hallo zusammen. Ein schönes Event am Samstag in der Kasseler Markthalle. So viele neue Künstler kennengelernt. Und was mache ich halt gern? Filmen. Und würde mich freuen, wenn euch die bunten, farbenfrohen Eindrücke gefallen. Ganz liebe Grüße, die Doris. Und wieder möchte ich nochmal erwähnen, die Kasseler Markthalle, dass die jungen Künstlern diese Plattform bietet, um auszustellen. Und das finde ich klasse. Vielen, vielen Dank an die Kasseler Markthalle. Grüße von der Doris. Vielen Dank. das war's. Vielen Dank. Ich hab' alle noch im Film gefunden. Interessante Kunst habe ich kennengelernt von der Künstlerin Nino Bahl, Kunst auf Federn, Kunst auf Pinseln, so Art Upcycling-Kunst, fand ich klasse. Herzlichen Dankeschön an alle, die mir auf YouTube folgen. Bereitet mir viel Freude. Danke, danke, danke.